Also angefangen hat es damit, dass ich Tapete gemacht habe, also vor ungefähr vier Jahren haben wir damit angefangen, eben das ganze Wohnkonzept Baby Home Passion zu machen und wir versuchen Atmosphäre zu schaffen, Atmosphäre im Raum, mit unseren Sachen eben die Persönlichkeit und den Charakter der Käuferin oder des Käufers auszudrücken und das ist ja ein immer fortgehender Prozess, das ist ja nicht ein Prozess, der irgendwann aufhört, sondern sich einzurichten dauert ja ein ganzes Leben lang und wir wollen einfach ein bisschen Stimmung setzen und vor allen Dingen auch Lebensfreude und Leidenschaft mit unseren Produkten ausdrücken und das ist uns ganz gut gelungen eben in den letzten Jahren. Jetzt versuche ich eben mit der neuen Kollektion, mit Miami Style, das was ich eigentlich auch lebe in Miami, nämlich draußen leben, bunt zu machen und freudig zu machen und deswegen mache ich eben hier diese bunten schönen Teppiche.